das ist das für eine kacke was machst du da immer so machen also so machst du es ja alles gut als kapitän aber tricot auswahl dann kriegst du eine 4 minus ja weiß gegenwahl aber die haben rote hosen das ist gut ich bin der reich hier in der kommentarischen als auch was bei und das ist 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 Oh war ich weit weit weg. Vor allem stand ich auch besser. Ist der echt Goblin, das ist er wirklich? Sehr gut. Oh shit. ich habe gedacht ich kriege ihn deswegen habe ich meine richtung erinnert ich habe gedacht ich kriege ihn und wollte gleich zu Lukas passen eichelartig ich gehe mal raus mit jetzt 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 schön die machen alleine alleine mega gut er fährt rein oh Gott Mann was ist denn hier los nicht ganz Unsicherheit und Leo nicht ganz Lässt er noch aussteigen oh shit uff wo ist denn mit ihm naja da jetzt fängt ihn durch genau und danke schön oh scheiße abseits ne weg bei mir ist der geklärt gibt Ecke hab ich auch gesehen ja ja oder Bushi die abseits fahren noch nicht gesehen der sieht auch sonst nix und was ok hm oh ich kriege ihn natürlich wieder ich das ja ja hab ich he habe ich auch wie oben hier oben vorne jawohl Ich bin weit weg. Dann flankiert. Schön. Da ist er. Sehr schön. Genau. Oh. 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 Jetzt bin ich auch um 8. Und nicht mehr Sprengen vorn stehen. Okay. Machen Gomez. Nee, du sollst die Tore schon rein machen. Achso. Der mach den Gomez in seinen besten Zeiten. Ja. Da einig ich mich immer an, das Spiel gegen die Niederlande, glaube ich. Weil er da echt stark war. Wo er da einfach angeschossen wurde. Ich glaube, er hat eigentlich 3 Tore gemacht, oder? Am besten war gegen Kroatien. War das 2006? 2004? 2008? 3 Meter vom Tor rüber gesammelt. Ja gut. Ja gut. Ja. Nee. Klar. Schön. Als ob. Ja. Reuben. Wie? Ruben Smith. Da nehme ich mit, Alter. Schön. Jetzt flänke. 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 er wollte den gleich wieder zurückspielen oder ich habe wieder auf lau geguckt menschlich ich hatte mich gewonnen hey wieso rennt man ja nicht und jetzt ja durchgesteckt abschluss ich habe gar nicht ich habe nicht gesehen, dass er mit mir kam was ich bin in Karate Junge Jawoll Ich hab mal gesagt, er soll den einfach nur klären Das kann ich mir sonst nicht ansprechen Jetzt haben wir ihn Ah keine Wohl Ich mach gleich weiter Boah lass mich doch mal ruhig Till Ja ich sag hoch Nein meine Ecke Ecken sind wir gut Oh ok Ja hast auch Gefault 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 Nach dem FM-Wiederschein Das sind wir, die United-Fans Ruh Ruh Ja ok Tief durchatmen Lucas Mein Controller ist grad weg Wo ist er hin? Wie weg? Die ist mir runtergefallen Vom Hund gefressen Was? Vom Hund gefressen Siehste? Da kommt der durch jetzt Einmal gaffe gehen Dann hat sie wieder Das ist wie die Werbung Von Müller Milch Ne von Müller Milch Wo er da im Hörsaal sitzt Und erst mal von seinem Handy abbeißt Achso ja genau doch Besser oder in einem Konferenzraum Mit einem scheiß Stift Von dem Tech-Marker Wie heißt das Team Döner Kebab Ja der heißt auch 9-11 Achso Ich wusste genau, was er hinspielen Kommt trotzdem mit hin Boah Komplen Verkackt Der hat er mit gerechnet, oder? Boah In den einzigen, der da steht reinlaufen Ja der ist abseits Ja der ist abseits Ja der ist natürlich Das ist ja natürlich Jetzt nicht Ich hätte mich nicht geholfen Wenn du im Zentrum abseits gehen würdest Ich bin da, bin da Ja, schön Max Schön geteilt Ich bin in die Mitte Eigentlich soll auf Max appellieren Aber Lukas hatte zu viele Gegner glaube ich So sieht es aus Lukas Schön Ja oh Schade Hab ich? Max Sehr schön chill Ganz stark chill Ohhhh Schade Auf mein Ding Ich möchte auch mal wieder den Kopf voll machen Das ist gut Wenn ich mal Ich ziehe mal nach vorne Bei mir ist mal auf die kurze Seite Da ist es leichter zu flanken Ich gehe kurz an, dann flanken wir lang Weißt du, dann ziehe ich paar Gegner mit raus, denk mal 4 attempts at a pass really Okay Ja Ne Halten, halten, halten Jetzt Na ja, ist trotzdem nicht ran, ne Ja Aber ich Aber ich stand sehr Sehr gut da grad Für'n Querpass Jetzt Flank Jawohl, der ist gut Aaaaah Aaaaah Das ist halt, ja Das braucht dann keine Ausrede, dass wir den nicht reinmachen Ja Da war ich nicht zu schnell Er war echt zu schnell Ja auch traurig, dass er den nicht reinmacht Ja Ja Boah Hat er gefordert schon Aber da hat er mich schon angespielt Das war ja auch ein 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 Ja gut dann Ja Du wärst? Hm Denk doch noch ein bisschen rot Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Ja 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 Geht auch hin Ja 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 Der Druck da Ja Schade Ja Er ist mit dem Feld in den Punkt Uuuuuh Uuuuuh Till Ja Sehr gut Sehr gut Was zum Max Oh schön Schade Ja Da Dribbler Oder Dribbler Dribbler Was ich nicht Sowas habe ich krank D daí Ich b alling auf mich shocked Schon schön wäre einfach nur so schlecht dass der accord keine Ecke für geben doch lennart wo willst du schon wieder ist lennart ja ja ich brauche dich schon wieder schon wieder fast auf der Seite sein sollen um der da reingest du unsere betriege wie gerne der lack ist ja schon gelegt Eifelst wer darf aber echt alle vor das Tor laufen da ohhhh schade immer fett mal rein meinst du? ja man, das ist zu eng oh schade er hat mich hingeliegt Lennart, alle. Lennart ist immer nur einfach quer und über das Feld rennt. Ja, aber guck mal, da ist er frei. Keine Live-Fußball-League-Kugel. Hä? Wo war das denn gerade? Happy to take on the shot. Straightforward take. Till oben schickt ihn. Jawohl. Das war knapp. Da kommt nur die Fünferwelle von uns, ey. Ich hatte nur Lensen gesehen und deswegen hab ich ihn flach eingespielt. Der erste Sauer ist aus, wenn er abgeklaupt, dann wird er gar nicht mehr. Oh, raus. Vielleicht bei der auf Rot? Ja, machen wir. Da ist er in der Mitte. Jawohl. Und jetzt. Oh, was? Oh, was? Oh, Alter, den macht er nicht. Was macht er denn? Ja, klar. Noch mit meiner Augen gleich. Goblin. Oh, Mann, du. Er ist angeschlagen. Wie kann man denn verletzt sein? Keine Ahnung. Er kommt aus dem Abseits. Er kommt aus dem Abseits. Sehr schön. Schön, Max. Jawohl. Schön. Oh, das ist doch Vorteil auf eine blöde Plane. Nein, James. Blatt Rot. Ich glaube, der schmeckt ihn runter. Nee, Gelb-Rot. Der hatte ich schon gehabt. Achso. Hat mich ja schon gefolgt. Der Dribble. Spiel kurz irgendwie. Na ja. Oh, hab doch noch gar nicht gerechnet. Sei zu zweit. Jetzt. Danke. Max. Hochsteigender. Man, er bleibt schon an den Spielern hängen. Auf Schulterhöhe, weißt du? Vom Gegner. Was macht er denn? Oh, sehr stark, alter. Sehr stark. Max nach vorne, immer wieder. Scheiße, schnellst du. Achso. 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 Begegnäge. Detach der Erfteilverwärter. Nein. Alter. Ich dachte gerade schon nicht. Wäre es gewesen hier noch. Gut. Ja, ja, ja. Und Max zu laut. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin kein Kopfbeispieler. Schade. das war's für mich Zauber, zauber, zauber Schönes Ding Also der kotzt richtig, glaube ich, die anderen 9,1 30 Punkte Also wir können... Klasseinhalt war das, ne? Jo Machen wir weiter, oder? Jo Jo Sön Jo 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 Jo